Ey, Jungs, lass mal oben bei Attila gucken. Da kann man wohl auch mal probieren, oder nicht? Ja, lass mal Franky arbeiten. Ich glaube, Franky wird noch nicht kommen. Kann ich nicht kommen? Ja, so oder so? Ja, ich hab Franky. Okay. Ja, hallo, du Fischkoffer bist du, ha? Guck mal hier, ich warte schon 10 Sekunden auf dich. Ja, Bro, wir gehen schon mal hoch. Also, das ist hier direkt oben. Komm einfach vorbei. Wir warten auf dich, okay? Ich warte die ganze Zeit. Ja, das ist mein Team verarscht einfach. Ja, denkst du, ich sag das Fisch, aber am besten würde ich auch machen. Ja, ja, ich warte mal. Ja, egal. Komm, Franky. Boah, ja, Mann, ich freu dich richtig, ja, Mann. Ich bin mir jetzt eine richtig geile Pfeife. Danke Gott, dass wir hier rauchen dürfen. Oh mein Gott. Du, du, du. du? Auf Maxi Nacken. Chai Mann, diese kleinen Worms. Ich hab's fertig. Ich weiß, ja, Mann, Gott ist hier auf seinen Nacken heute für die Abpeelung. Ernstlich? Boah, ich freu dich. Was machst du da? Was ist das hier? Das ist hier, wir gehen im Restaurant für die Abpeelung. Auf dein Restaurant. Ja, komm rein, wir gehen rein, komm. Ich bin ein Rastor. Ich bin ein Rastor. Komm, komm, vertraue. Geh doch mal runter, geh mal runter. Warte, geh hier schon erst. Das ist ein geilster Rastor. Wir schauen für das ist ein Rastor. Wir schauen für das ist ein Rastor. Wir schauen für das ist ein Rastor. Was? Das ist ein guter Rastor, ja? Oder fass doch nicht an. Komm her. Ist doch egal, wenn ich anfasse, dann fass dich an. Nein, das kannst du nicht machen. Wie, wie, Frage. Ich frag nicht. Ist das ein Rastor oder nicht? Egal. Ich fooo. Ich fahne den Disko, was er nicht? Ich fahne mit dem Disko. Ich fahne den, du hörst nicht, du hörst nicht Schm? Ich fahne mich nicht. Aber gute Mädchen hier, ne? Du fängst schon mal gut an. Ich mach mal Essen fertig. Hallo, was wollen Sie trinken? Ein Cocktail bitte. Kannst du mir ein Ei dann bringen? Und einmal Cocktail bitte. Und was möchtest du? Was möchtest du? Ich möchte, dass du Musik leiser machst. Was ist das? Diskothek oder was? Hast du keinen Respekt? Mann, wie sieht es aus? Sag, was möchtest du? Was möchtest du? Bist du zufrieden? Ja, natürlich. Was möchtest du trinken? Ich guck mal ein bisschen, ja? Erstmal meine Brille. Zur Sicherheit. Weil ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß, es gibt gute Essen dafür. Das ist ja da drin. Einmal Jani, Jara. Nein. Was hast du gesagt? Meinst du Droh? Das ist aber ein alkoholisches Getränk. Dann haben du bescheid weißt. wie Akkohol Entschuldigung, Entschuldigung Entschuldigung, Entschuldigung Wenn ich Akkohol, Entschuldigung Mein Musa, die ruft meinen Kopf Ja, einmal hier die Charas Regular 1 2-0 Dankeschön Zwei mal Cocktail Ja, ok Und einmal 2 Ist das Kakao oder was? Und deine Tränen Und das ist für uns Hey Jungs, wo ist eigentlich Kerem wieder? Bruder, Wanda, die Toiletten sind Alter, richtig geil, wie macht Platz hier So Wo sind die Pfeifen? Wartet kurz, wartet kurz Warte, 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 warte Habt ihr Krankheit? Was ist das hier? Wo ist meine Tränen? Wo ist meine Tränen? Hier, Alkohol Hä? Lass mal auf! Ich dachte Kannst du das schon mal runter machen? Was ist meine Tränen? Bitte eine Farbe Was ist meine Arabische Doppelmatte? Ja Äh Anafon Tränen Tschüliko, Tschüliko Warte, 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 warte Warte, 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 warte Ich verstehe das Ich weiß nicht Abweich habe ich dieses Diese Frauen sagen mir Ich brauche hier oder was? Ich brauche die Shisha brauche Ich darf nicht mehr machen. Die Essen für 40 Kilo Die Genieße und dann? Das nehme ich aber gut Ich nehme mich aber gut Dann gehen wir in den Restaurant Ich dachte ihr macht hier das Reis Was kannst du haben? Ich gebe dir gleich, wo ist mein Reis? Wo ist mein Essen für die Genieße? Wie? Wollt ihr mich verraschen jetzt? Ich habe den Respekt Ich dachte ich bin mein Reis Für die Genieße mit Chicken Yo Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen Wenn ihr lasst einen Daumen hoch Und checkt auf jeden Fall diesen Kaffee ab Sehr schön Ich bin sehr oft hier Ihr könnt vorbeikommen, auf ruhig Also mir hat viel Spaß gemacht hier zu drehen Alles in der Beschreibung Ihr könnt mich überall helfen Bis zum nächsten Mal Leute Und danke an den Jungs die mich gemacht haben Ich habe die Gesang Ein Oh Ich habe dich Wie? Ja Danke Wohn ре